so eisen wird hergestellt das heißt ich brauche jetzt eine werkbank die kann ich ruhig hier drunter hin bauen stein 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 und stein so wirtschaftsmäßig läuft ja alles schon mal so dem bauauftrag hier dem erhöhe ich mal die prio und dazu bräuchten wir halt ja macht sinn nicht mehr lang da kommt schon die erste welle so das kann ich schließen so dann machen wir wieder etwas micromanagement und stellen auch noch mehr barren her so zwei hellebadiertrupps zwei solche und ja ich müsste irgendwann nach der ersten zweiten oder so welle in den speer los schicken um gucken ob ich solche okay 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 ja solche kristalle finde die meinen spawn beschleunigen naja die erste welle könnte schon mal recht knapp werden so es gibt vier verschiedene arten von cooptrons mal sehen wie viel in der ersten welle in der ersten welle spawnt zwei mittlere ok okay und da oben kommen sie okay das heißt ich leute in der ersten welle in der ersten welle in den beendeten mal alarm das hätte ich nicht machen sollen Du schnappst dir die Bogenschützen-Ausrüstung, dass du gleich mal helfen kannst. Dann gucken wir mal, wo die Welle herkommt. Aber bis jetzt sehe ich ja nichts. Okay, sie kommen auch von dort drüben. Hm? Okay. 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 Irgendwo ist noch ein Co-Opt-One, aber der hängt irgendwo fest. So, das heißt, ihr geht erstmal wieder schaffen, bis der auftaucht. Hm. Okay, ich habe eine andere verrückte Idee, was mein... ...ein Wachtturm angeht. Okay. 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 So, hier schon mal ein bisschen anbauen. Hm, einen Bogen haben wir schon. Das heißt, der wird rausgeschmissen. Weil ich glaube, als ich Alarm gedrückt habe, wurde der Bauauftrag abgebrochen. ... ... ... Ja, hier ist die. Den Boden flach zu machen, das kann eine Weile dauern. Jetzt solltet ihr aber ein Lager mal finden. So, wir haben fünf Minuten, bis die nächste Welle auftaucht. Sicherheitshalber machen wir noch mal jeweils ein Set. Wobei ich mir auch bald eine Schmiede bauen könnte. Okay. Ja, wisst ihr was? Das deleten wir mal. Wir kriegen hier gerade genug Stein rein. Da braucht ihr nicht noch extra Stein abbauen? Ich kann das nicht so fähig irgendwie kopieren. Nein, leider nicht. Das heißt, ich muss noch eine zweite. Oh, da taucht der Korrupt schon auf. Das heißt, zu den Waffen. Und zurück zur Arbeit. Gut. Und ich kann noch einen spawnen, sehr gut. So, machen wir das mal hier so hin. Naja, ich muss hier sehr viel abtragen halt. Super, ich kann die hier wieder abreißen, weil ich mich verplant habe. Gut. Neues Waffengestell und eine Schmiede, die bauen wir hier hin. Wir brauchen übrigens auch wieder etwas Holz, merke ich gerade. Die drei Bäume sollten reichen. So, jetzt können wir hier den Block ziehen. So, 50 Sekunden noch, bis die Welle spawnt. Na, ich muss sagen, bis jetzt klappt es eigentlich ganz gut. Die Löcher hier werden zugemacht. Das heißt, der Angriffsbereich... Hm. ... ... ... ... ... ... ... ... ...